Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach, schnell und kostenlos euer Video zu einem Text umwandeln könnt. Das heißt, wie ihr ganz einfach Untertitel bzw. das, was ihr gesagt habt in eurem Video, als Text direkt rausbekommt. Und zwar ist die erste kostenlose Methode dafür YouTube. Das funktioniert immer, egal was ist. Als zweite Methode habe ich aber auch noch eine Webseite, die geht schneller. Jedoch weiß ich nicht, vielleicht ist die irgendwann mal nicht mehr verfügbar und deswegen zeige ich euch das lieber hier so. So, okay. Und zwar können wir dafür ganz normal unser Video hochladen, machen das dann auf Privat und gehen dann einmal hier auf Details und können dann einmal auf Subtitles gehen. Wichtig ist für diesen Schritt, müsst ihr ungefähr 10 Minuten warten oder 5 Minuten. Ihr müsst dann einfach gucken und hier steht dann irgendwann German Video Language Subtitles und hier steht dann automatisch und da drücken wir dann auf Duplicate and Edit. So, drücken auf Continue und jetzt haben wir hier einmal den ganzen Text, den wir einmal hier drin gesprochen haben. Ist auf jeden Fall nice, können wir nehmen. Ansonsten habe ich noch einmal eine Webseite und zwar Flixia. Da drücken wir dann einfach auf Video auswählen. So, dann können wir hier in die Bibliothek gehen. Da ziehen wir unser Video im Prinzip einmal rein. Haben das hier. Ziehen das hier unten einmal rein. So, und dann gehen wir auf Subtitles. Dann gehen wir auf Auto Subtitle und dann auf Start Auto Subtitle. So, dann lädt das Ganze. Ich habe das hier jetzt schon einmal gemacht. So sieht das aus, wenn ihr das Ganze geladen habt und hier seht ihr dann, bei welchen Sekunden das Ganze im Prinzip gesagt wird und welcher Text. Genau. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Falls ja, sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen, würde mich extrem freuen. Ich bin damit raus. Haut rein und ciao.